Was würdest du tun? Es gibt ein Motto. Was würde jeder von euch dafür tun? Kämpfen, siegen oder untergehen. Würdet ihr den Irrsinn trotzen? Und den grausigen Untiefen am Ende der Welt? Die Nerven liegen total blank am Samstag und am Sonntag. Kein Wunder. Denn es ist der härteste Wettkampf im Radio Güterslohland. Das Radrennen über Wasser. An diesem Wochenende wagen sich wieder die mutigsten Fahrer auf die Todesplanken an der neuen Mühle in Güterslohland. Die einzige Frage ist, wo sie untergehen werden. Aber das Wichtigste ist, dass Sie dabei sind. Radrennen über Wasser am Samstag und Sonntag. Eine Veranstaltung komplett für den guten Zweck.